So Leute, da sind wir bei einer weiteren Folge Blacky erklärt. Ich erkläre euch jetzt, warum diese Beyond-Booster und diese Collector-Booster von Assassin's Creed tausendmal besser waren, wie diese Aftermath-Booster mit diesem Collector-Booster. Und ich hab's angekündigt. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Assassin's Creed. Aber, selbst wenn ich nicht nur ein riesengroßer Fan von Assassin's Creed wäre, würde ich diese Booster mögen. Denn ich mochte auch die Aftermath-Booster. Wir machen die jetzt mal auf. Ich rede ein bisschen darüber und erkläre euch, was ich daran gut fand. Und zwar, tatsächlich, ist es da wenig Schrott drin. Also wir haben hier coole Booster, die wir öffnen können, wo immer wieder eine Rare oder hier so eine Spark-Ruption, sehr cool, mal so eine Doppel-Rare drin sein kann. Und die man hiermit jetzt einfach nicht rausbekommt. Aber, wie viele Booster könnt ihr sagen, habt ihr in eurem Leben zum Beispiel Draft-Booster geöffnet, wo ihr sagen könnt, hey, ich hab das Booster rausbekommen. Wenn ihr ehrlich seid, nicht so viele. Und, ja, dementsprechend, ja, hier, Danitha und den Tranquil. Und der hier ist tatsächlich gut. Die Leute spielen den nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich muss sagen, ich hab ja eine Menge Booster auf meinem Channel geöffnet. Ich hab ja früher sogar so Short-Videos, beziehungsweise Kurz-Videos gemacht, wo ich halt immer wieder einen Booster geöffnet habe. So ein Drei-Minuten-Video, wo ich jede einzelne Karte vorgelesen hab. Und da ist, uh, Vesuvian Drifters, sehr cool, eine Menge, Menge Bullshit drin. Immer, immer wieder. Und das stapelt sich. Also Neulinge, die jetzt neu bei Magic sind, hängen da und sagen, wow, mehr Karten, ist doch mehr toll. Und ich sag, nee, Leute, ich hab mehr Karten, und das ist nicht mehr toll. Training Grounds, gute Karte. Auch ein paar Euro wert, tatsächlich. Kohleganz Warmonger, auch eine sehr gute Karte. Und hier haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, coole Booster zu öffnen, mit wenig Schrott drin. Deswegen mochte ich damals schon die Epilog-Booster. Ich war ein Fan von den Epilog-Boostern, könnte man sagen. So, natürlich war hier so, dass man hier auch die Karten doppelt kriegen konnte. Feast of Victories, der war gut. Gut, Obrex-Scavenger war keine schlechte Karte. Die Commander-Spiele haben sich aus den Händen gerissen. Jetzt haben wir fünf Booster geöffnet. Und Training Grounds ist ein cooler Hit. Bersuvian Drifter ist ein cooler Hit. Der hier ist auch nicht so verkehrt. Donatin ist auch nicht so verkehrt. Rebuild the City ist nicht so gut. Sprag Corruption ist auch nicht ganz so krass. Aber es sind alles irgendwo playable Rares. Und das haben wir bei normalen Boostern eben nicht. So, jetzt kommen wir aber zu Assassin's Creed. Assassin's Creed hat nochmal einen draufgesetzt. Denn, was wir bei dem Marsch der Maschinen hatten, warum kriege ich die Booster nicht auf? Da. Was wir beim Marsch der Maschinen hatten, war, wir haben gute Rares gehabt. Hier haben wir jetzt aber den Punkt, Hemlock ist eine gute Ankamm. Das ist eine gute Ankamm. Wir haben wunderschöne Länder hier drin. Und gute Rares. Das ist einfach der Punkt. Und wir haben natürlich hier coole Minigames. So, Minigames eh immer beste. Ich weiß nicht, ob man die mit den Daten hier spielen kann. Man braucht zwei Packs. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll. Aber wir haben coole Ankammes hier drin. Mit ein paar coolen Rares. Und das Ganze gibt dem anderen auf einmal einen ganz anderen Flow. Wir hatten hier auch eine einzige coole Ankamm drin. Das war der Coppercoat Vanguard. Und hier haben wir aber tatsächlich relativ gute Sachen drin. Hier ist noch Excalibur. Ezio's Revelation. Ein Roshan. Die ist ein bisschen schwer dick. Aber bei den Ankammes ist es eigentlich so, dass die alle irgendwie cool sind, playable sind, neu sind und dadurch ganz nett sind. Bei den Ankammes, bei Marsch der Maschinen, war es nicht so geil. Deswegen bekommt ihr die auch sehr, sehr günstig. Brother of Require. 2-3 Euro schwer. Murder. Mountain. Disynchronization. Eine sehr gute Karte, by the way. Loyal. Und Arlene de Grand Père. So. Sie haben sich weiterentwickelt. Sie haben jetzt schon sich weiterentwickelt und haben Beyond-Booster so viel besser gemacht, als sie diese Epilog-Booster. Ich lasse mal so einen Epilog-Booster drauf. Damit wir das gleich noch ein bisschen vergleichen können. So. Hidden Blade wieder. Path to Exile ist hier drin. Sehr, sehr gute Ankamm. Crystal Chart. Auch sehr gut. Hidden Blade in foil. Alexios ist ein guter, guter Commander tatsächlich, der ganz lustig ist. Und sie haben schon gelernt. Sie haben Beyond-Booster besser gemacht. Und die Beyond-Booster wurden auch alleine deshalb besser, weil sie sowas hier drin haben. Rotion ist eine sehr gute Karte. Distracted Guard ist gut. Das Boot leider nicht. Aya. Sehr coole Karte. Hook Blade eine gute Karte. Xiaojun eher nicht so. So. Auch hier haben wir jetzt Booster geöffnet. Fünf Stück. Und wenn ich jetzt hier durchschaue, sehe ich halt, wie gesagt, Hook Blade ist gut. Aya ist gut. Hidden Blade sind gut. Path to Exile ist eine Karte, die wirklich insane gut ist. Der Crystal Head ist gut. Brother of Reliquia kostet ein bisschen Geld. Murder ist kein schlechter Removal. Die Synchronization ist eine gute Karte. Also es sind einfach, auch hier Excalibur, so gute Karten drin. Und das ist halt der große Unterschied. Wir haben in den Epilog-Boostern, die ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne als FNM-Booster genommen habe, weil ich eben wenig Schrott mit nach Hause nehme. Aber hier konnte man alles skippen, bis auf die Rare und vielleicht den Coppercourt Vanguard, weil immer noch niemand gerafft hat, dass dieser Baron, wo haben wir ihn, Markov Baron eine gute Karte ist, die man spielen könnte. Ja? Sobald die Leute den raffen, hat man eine zweite gute Uncome hier drin. Aber ansonsten ist hier nur die Rare drin. Bei Assassin's Creed hingegen haben wir einige gute Reprints im Uncome-Slot. Also in dem Slot davor. Was halt einfach wirklich gut ist. So. Jetzt sagen alle Blackie. Epilog-Booster fand ich kacke. Beyond-Booster fand ich auch kacke. Ich muss sagen, ich liebe beide. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer Beyond-Booster nehmen. Die Probleme bei den Beyond-Boostern ist, die sind mir ein, zwei Euro zu teuer. Epilog-Booster haben so 4,50 Euro gekostet, 5 Euro. Das war so der Standard-Booster-Preis. Die haben genauso viel gekostet wie ein normales Booster. Und jetzt jauchzen alle und sagen, aber du kannst 15 Karten haben. Acht Kamenz. Drei Ankams. Und ein paar lustige Slots. Das ist nicht gut. Beyond-Booster hatte sieben Karten. Kostet dafür aber auch irgendwie ein Euro mehr. Ja, jede dieser Karten kostet gefühlt ein Euro. Und das ist sie nicht wert. Aber wenn ich die Wahl habe, bei einem F&M ein normales Booster zu nehmen oder ein Epilog oder ein Beyond-Booster, nehme ich immer Epilog oder Beyond, weil ich da eben diese ganzen Kamenz nicht habe. Was einfach für mich ein Platzproblem ist. So. Dann gucken wir uns kurz die Collector-Booster an. Collector-Booster sind hier sechs und hier zehn Karten. Auch hier haben sie aufgestockt. Diese Collector-Booster waren damals der reine Hohn. Tut das nicht. Ich verbrenne hier gerade Geld. Die Marsch der Maschinen, Collector-Booster, also die Aftermath. Die normalen Marsch der Maschinen waren cool. Da konntet ihr Thalias in nummeriert rausziehen. Hier waren keine nummerierten Karten bei. Hier waren nur die Karten, die ihr da habt, auch noch mal dabei in irgendwelchen anderen Artworks. Und das hier ist Geld verbrennen, was ich gerade tue. Die Wahrscheinlichkeit, hier was rauszuziehen, ist super gering. Mark of Baron. Da. Sehr cool. Campus Revenation in Etched Foil. Eine Nissa. Die kostet tatsächlich Geld. Also das ist die einzige teure Karte mit dem Kahn irgendwie. Vesuvendrifter in Full Art. Kenriff's Funeral in einem sehr schönen Artwork. Und Kalix. Okay. Das war okay. Das war literally okay. Kalix und Nissa. Das war literally okay. Aber Hass hat diesen ganzen Päcken nicht bezahlt. Ja? So. Gehen wir jetzt zum Assassin's Creed. Auch hier werden wir nicht den krassesten Shit rausziehen. Also hier kann eine nummerierte Karte drin sein. Habe ich bisher erst eine gesehen. Aber ich habe eine gesehen. Brotherhood Recklicker. Die kostet ein bisschen was. Und dann hat mir schon wieder ankommen in Full. Kostet schon wieder 3, 4, 5 Euro. Hat schon wieder den Preis ein bisschen reingesetzt. Schaut schon. Fatal Push in einem Etched Foil. Guckt euch dieses Artwork an. Und wie wunderschön das ist. Insel. Die mit dem Boot. Die kostet auch was. Dann Temporal Tree Pass. Auch die kostet Geld. Ist eine sehr schöne Karte. The Animus. Sehr gute Karte. Cleopatra in Full Art Foil. Nicht in ägyptisch und damit nummeriert. Leider. Aber dann haben wir noch Jacob Fry. Die kostet auch ein bisschen was. Auch sehr cool. Und hier muss ich zum Beispiel sagen. Assassin's Creed macht so viel besser. Ja. Wir haben coole, coole Reprints. Wie Fatal Push. Path to Exile. Murder und sonst was. Wir haben gute Cams und Uncams. Wie Barthold Reliquary. Und andere Sachen. Die wirklich Geld kosten. Die alle hier drin sind. Wir haben wunderschöne Länder. Und wir haben gute Rares und Mythics. Das muss man einfach sagen. Die Rares und Mythics hier drin. Die sind wirklich, wirklich gut. Und wenn da jetzt noch eine Nummer drauf gewesen wäre. Das wäre insane gewesen. Ja. Das wäre insane gewesen. Aber die sind wirklich gut. Und dementsprechend muss ich sagen. Assassin's Creed ist tausendmal besser wie Aftermath. Die Epilog Booster sind Müll gewesen. Und ich habe sie damals schon gemocht. Weil ich damals gesagt habe. Für einen FNM Booster. Wo ich halt nicht so viel Müll mit nach Hause nehmen muss. Ist das großartig. Die Assassin's Creed Sachen. Bisschen zu teuer. Bin ich ehrlich. Aber ansonsten. Nicht nur, weil ich die Assassin's Creed liebe. Sondern auch, weil die Booster wirklich gut sind. Deswegen. Beyond Booster sind geil. Epilog Booster sind okay. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe schon mit ganz vielen Leuten diskutiert. Ihr könnt mir jetzt auch in die Kommentare reinschreiben. Blackie, deswegen sind die und die Booster viel besser. Und die sind voll schlecht. Weil du hast weniger Kams und Ankams. Du kannst keine Liste-Card-Slot haben. Und was nicht alles. Ich verstehe es nicht. Warum Leute immer noch so negativ über Assassin's Creed reden. Und auch über die Epilog Booster von Abda-Math. Die Karten da drin sind nicht bad. Die Rears. Mythics sind gut. Eine Ankam ist gut. Der Rest ist halt Bullshit. Deswegen verstehe ich, dass es halt. Ja. Aber für 2-3 Euro kann man die sich mittlerweile bei fast jedem Store mitnehmen. Und für 2-3 Euro sind die wieder okay. Und alle lassen sie liegen. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Assassin's Creed. Assassin's Creed Booster, die halt super hart gehatet werden. Überall. Also ich habe ja vor Ewigkeiten schon Booster aufgemacht. Und habe euch ein ganzes Display aufgemacht. Und habe ich gesagt, wie großartig ich das finde. Und ich bin immer noch der Meinung, Assassin's Creed ist eines der besten Sets aller Zeiten von Magic the Gathering. Was Value und Flavor und alles angeht. Deswegen. Das ist mein Vergleich gewesen. Epilog Booster oder Beyond Booster. Und Beyond Booster gewinnen um Walten. Und ich bin gespannt, was sie jetzt als Drittes rausbringen. Weil das war der Anfang. Damit ging es weiter. Und ich bin gespannt, was sie als Drittes rausbringen. Wenn es was Drittes geben wird. Dann werde ich dazu aber auch wie ein Video machen. Um euch die Vergleiche zu zeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an meine Patronen. Ohne euch wäre das hier nicht möglich gewesen. Das hier ist ein Video, was praktisch durchweg nur von Patrons gesponsert wurde. Von meinem Patron. Die mir halt monatlich ab 3 Euro könnt ihr mir auch da etwas zuschustern an Kohle, damit ich solche Videos machen kann. Ansonsten wäre das leider nicht möglich mehr aktuell. Dafür ist einfach die Welt zu teuer geworden. Also für mich. Und wenn ihr irgendwie 3 Euro oder so abgeben könntet im Monat. Für mich würde mich das stark unterstützen. Ihr könnt natürlich auch in höheren Tiers reingehen. Und ja. Vielen, vielen Dank an alle meine Patrons. Ihr seid der Grund, warum ich halblich so krass Videos produzieren kann. Und so coole Videos produzieren kann. Vielen, vielen Dank an euch. Und ja. Ansonsten, wenn ihr es euch nicht leisten könnt oder wollt. Daumen nach oben. Abonnieren. Liken. Irgendwelchen Leuten zeigen, die die Beyond Booster immer noch kacke finden. Und sagen. Hey, der Blacky hat gesagt, die sind nicht kacke. Die sind nicht kacke. Dankeschön. Ich habe jetzt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Iblexet. Ciao, ciao. Ciao, ciao.